Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bayonetta. In der letzten Folge haben wir diesen anderen bösen großen Engel getötet, der es Colosseum in Schuss und Asche gelegt hat. Und ja, jetzt machen wir einfach mal weiter. Nachdem wir auch in der letzten Folge Lukas Asch gerettet haben. Zum kleinen Perversling. Uh, hallo. Wie geht es euch? Peitsche ich euch mal aus, ihr Kleinen. Na komm. Darauf stehst du doch. Auf ausgepeitscht werden. So. Ich peitsche euch so richtig aus. Oh ja, drehen. Wir haben den Tag zur Nacht gemacht. Und ab. Ah ha. Ah ha. Wir haben den Tag gespäßt. Wir haben den Tag gespäßt. spielen wir ein bisschen mit ihr ja das machen wir na seid ihr welche harmonie Alter. Na, komm her. Du komisches Vieh. Oder ich mach das so. Jetzt ertrampel dich mit meinem Schuhwerk. Das habe ich bekommen. B.A.T.E. der Medaillen. Das Schalplatte. Jawohl. Ist hier noch irgendwas? Nee, da komme ich nicht runter. Okay. Was ist das? Oh, da ist es. Oh. Ja, der Witches of Tears Blockblatt. Ja, ist mir klar. Eingesammelt. Komm. Hier noch irgendwas? Nope. Das muss während des Hexentrainings benutzt worden sein, wenn ich drauf trete, spüre ich einen Haufen einer Bewegung. Komm ich da etwa hoch? Ah, ich habe eine Idee. Moment. Yep. Das war's. Und ich bin eingeschlossen. Jürgmungans Tor. Äh, Tor. Jürgmungrat. Ja, komm. Gut. La 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 la. Na, super. Ardor. Hey, was soll das? Warum ist er so stark? Da, rein mit dir. Ja, und du hast dich bloß in Ruhe. Ne, ich mit. Gott. Oh. Da kam etwas, was ich nicht wusste. Autsch. Ah. Das ging einfach und schnell und präzise. Mist. So. Oh. das ob es darum ist etwas Teile potatischen Hexen-Statue Nimm das, und das, und das, und das, und das, BÄM! Die Liebe zerstört alles! So, was kann ich jetzt machen? BÄD BOY! Moment! Ah, okay. Ich gucke jetzt mal auf der andere, auch hier, hier war glaube ich auch noch ein Geheimnis im Moment. Ich glaube hier hinten mal etwas. Jawoll. Zauberflöter ist überhaupt, dass die sagenumwirkende Sirenen. Ah, okay. Jetzt will ich nur nach oben kommen. Ich weiß, glaube ich, dass diese Schlangenbrücke hier, glaube ich, kaputt gehen wird. Oder ich werde umgepustet. Moment, habe ich jetzt hier, habe ich jetzt hier verloren? Nee, habe ich nicht okay. Nochmal. Ich war noch nie so schlecht im Spiel. Ich war noch nie so schlecht. Mann. Zack. Okay. Yeah, die LP ist komplett. Es windet, es windet. Ohi. Muss ich beeilen. Ich will nicht umgepustet werden. Wow. Ah. Boah, das war knapp. aja. Lass mich. Spannend. Ich bin neu. Ich bin, ich bin. Ich bin. Was? Mon. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ah, das ist ja. Ah, ich brauche unbedingt Zauberlutscher, ey. Juhu. Jawoll. Ja, ich schnapp dir das Wörmchen. Jum, 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 lecker. Ich glaube, schon lecker. Ein köstliches Würmchen. So, ich gehe mal kurz ins Menü. Jetzt versuche ich das nochmal mit dem Braun. Moment. So. Gut. Ich brauche Mega-Lotscher. Yeah. Moment, Subjekte. Wo ist es? Wo ist es da? Ich möchte schließlich hier nicht auf verlorene Posten stehen. Ah ja, wir können eine neue Waffe eintauschen. Machen wir mal eben. Ja, zeig uns doch, was du diesmal Schönes hast. Wo ist es? Wo ist es? viel spaß die setze ich mal gleich direkt ein moment nein das war ich nicht so die sind sehr stark glaube ich gewesen ich meine wenn sie stark gewesen und dum komm komm perfekt moment noch nicht verraten hab ich es kein bock zu holen Du wachst es, mich anzugreifen? Na komm, wo bist du? Mistvieh. Wo bist du? Mistvieh. Alter! So. Da müssen wir die Eingeweide fotografieren, ne? Okay. Wir müssen eh lang, oder? Ich meine, dass wir eh lang müssen. Ach, so schade. Geschafft. Ich kann nicht. Warum ist er so schwer? Was ist Ende der Lust? The only ones meddling are your hapless minions. This will be taken care of in the manner I see fit. Your assistance is not required. I suppose coming here has given you a second wind. Feeling better, Violetta? Okay, wir müssen kämpfen. No time for daydreams. 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 Angel attack. Verdammt. No time for daydreams. 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 No time for daydreams.